Ich bin Marco Attardo, Channel Manager EMEA für Seco. Hier auf der Medit World präsentieren wir eine neue ComExpress Typ 6 mit Intel Skylake H Prozessoren für hohe Grafikleistung. Dieser ComExpress hat Support für DDR4-Rams und für Multi-Display-Funktionen sehr gut und leistungsfähig ist. Außer dem ComExpress mit Intel Skylake haben wir auch einen neuen ComExpress mit dem AMD Merlin-Fall von CPUs. Auf einem Kompaktformfaktor, also einen kleineren Formfaktor und nicht nur ComExpress, sondern auch einen Single-Bord-Computer auf dem neuen Standard Embedded Nook mit Intel Braswell CPUs. Seco ist ein italienischer Anbieter von Embedded PC-Lösungen auf Standardformfaktors wie die modulare U7 ComExpress wie auch Single-Bord Computers in den Formaten Pico ETX sowie auch den neuesten Embedded Nook.